Aktuell und detailliert wurden nun erstmals der Bildungsstand und die Bildungslaufbahnen der Schülerinnen und Schüler im Land Salzburg erhoben. Was sind die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie? Wir stellen fest, dass im Bereich der 14- bis 18-Jährigen ein relativ hoher Anteil an Aussteigern aus dem Bildungssystem vorhanden ist und zwar von der Lehre beginnen bis hin zur allgemein höheren Schule über 15 Prozent und dort wiederum auffällig ein besonders hoher Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mit nicht deutsch als Muttersprache und dort wiederum sehr viele Mädchen. Das sind bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen über 50 Prozent, die einfach aus diesem Bildungs- und Ausbildungsweg ausscheiden und im Grunde genommen dann ohne Qualifikation dastehen, zum Teil die Arbeitslosigkeit gehen, zum Teil nicht mehr in der Lage sind, sich selbst beruflich aktiv und qualifiziert einzubringen. Und dort wollen wir ansetzen. Es wird eine Arbeitsgruppe geben unter Leitung des Herrn Landesschulratspräsidenten, wo aus den verschiedensten Bereichen Teilnehmer versammelt werden, die dann sehr konkret versuchen, hier die Situation zu verbessern. Welche Maßnahmen kann man aus den Daten der Bildungsanalyse ableiten? Grundlegend möchte ich einmal feststellen, dass es differenzierter Maßnahmen bedarf. Zum einen einmal haben wir schon in der Vergangenheit durchaus, was sprachliche Frühförderung und so weiter anlangt, gute Arbeit geleistet. Wir werden umgekehrt aber gerade in die Zukunft blickend uns sehr genau ansehen müssen, was können wir tun, um die Abbruchsraten bei Mädchen mit Migrationshintergrund insbesondere zu senken. Der Zugang geht zum einen wieder über sprachliche Möglichkeiten, zum anderen aber ganz sicher über unsere Gesellschaft einerseits beziehungsweise über die Situation in den Familien andererseits. Es muss uns gelingen, ganz einfach die Eltern von der Bedeutung eines gelungenen Bildungswegs zu überzeugen und hier wiederum grob bei den Kindern mit Migrationshintergrund auch die Väter an die Schulen zu bekommen.